um vor allem so eine ewige Musik geht es schon wieder los Leute herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play ich weiß wie ich die Liga Fläche die Eichwagra von der Oriana ziemlich fasziniert zur nächsten Folge von Let's Play League of Legends und an dieser Stelle erst einmal alles gut im neuen Jahr wir haben 2015 ich bin begeistert und es gibt ein paar Änderungen wie man sieht das Card Update kam hier schon vor Längerung raus ja was soll man jetzt noch sagen also ich hab mal einen relativ neuen Bild den habt ihr so vorher in den vorherigen Folgen nie gesehen und zwar Rammus Hybrid also nicht nur auf Tank wie man ihn so unglaublich gerne spielt ja ob es gab oder nicht primär zwei Jahre allerdings später hinaus sobald ich mehr als äh 280 Rüstung habe werde ich dann noch auf AP gehen 30 Sekunden bis zu erscheinen der Sonne Over Damage ja was mit dem Kreis bin schon wenn abgabend sind die beiden sind der Ende der Zeit m ok ach so ja und um wir spielen wir jetzt überhaupt erst mal mit mir hi und dann spielen ich bin mir noch mit dem Lara Diamond Hallo und natürlich mit dabei der Taker alleweil da geht es mir los ich hätte nicht mal weh zuerst gehen sollen war der gerade unsichtbar ja ich glaube ja oh ein twitter ist ein kurs gilt das ist wunderbar warum ist ihm auch nicht auf die nuss warum ist das einfach das ziemlich dämlich ist man nicht immer zuerst weil es bringt dir das text drauf zu machen wenn du dann kein schaden von abziehst klingt auch voll logisch er hat den überraschungseffekt und wenn er gedrängt wird dann halt direkt am anfang die möglichkeit abzuhauen oder überraschungseffekt level 1 da ist ein wenig das ist man wie ich gedenkt wurde es war richtig übel da war der auch nur der biswurte jahre ich war dann noch ganz frühstimmst du glaubst und auf einmal war ich tot eben zauber wohlgemerkt müssen wir mal gucken wo der Leone zuverlässer zuvor erlangen nun wird schon so eine Idee das ist ein FD gut wo sie sinnvoller ist natürlich im jungle ja April ist vorbei die wird ziemlich nutzlos oh god guck's dir an was ist da oben der Rumble der meins ernst oh 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 ha ist die schon geert der Blur ist gegangen vorsicht mit uns ok aber Riven ist auch falsch ach du scheiße nee alter Markus ja bitte schau dir das an die legey folgt ihm ja die holt mich jetzt ich bin tot nee nee doch oh lol die hat mich gerade erknallt also mag ich meine mitte mit so einem leichten vorteil alter schwere werden damit jetzt gerechnet irgendwie ist das gar nicht so geil äh scheiße naja passiert passiert Leipzig ist an der Sache okay ja die sind drei drei aber die hat mann money 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 vorteil außerdem hat Bluboff zur Not gibt es immer noch TG's Render 20 ja das ist sowieso und wenn ich jetzt hier nochmal beim Reds ging werde dann kriege ich die Krise und vor allem ich habe einfach vergessen meine Halter zu zünften weil ich mit der Kamera auf allen löschen Lens war darf ich dich dafür reporten ja du darfst mich sowieso reporten wenn du willst einfach was man sieht oh 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 na me no also mit den letzten Updates hat sich jetzt so wahnsinnig viel getan auf dem ganzen Kampfsystem und alles ist Wahnsinn das ist geil ich habe jetzt halt das dezente Problem dass die mehr Mahner an sich ach quatsch das bildest du wie ein tecker du bist Mr. Bombastik du kriegst das äh Mr. Bombastik ich hab vorhin auch gedacht ich krieg's hin und dann war ich doch allein auf Eiderflur oh oder um mal die Oriana zu zitieren er weiß wie sie ticken und er weiß auch wie er dieses ticken stoppen kann aha ja weiße 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 junge Weisen hatte da oben gewordert Markus ne gut und sie auch nicht du nicht und das war nicht schlecht jetzt mal ganz ehrlich dann würde ich mal sagen holen wir uns mal den Red Buff äh den Blue Buff mal nicht na probier's mal die ist schneller weg als du gucken kannst 3 mal hin hat mir Kratzen von gekostet 3 mal hin hat mir Kratzen von gekostet Kratz kommit das ist doof Kratzen wir haben ein Kill gemacht und da haben wir den Kluftkrabler nicht Kluftkrabler oder Kluftkrabler oder Kluftkrabler oder Kluftkrabler oder Kluftkrabler Kluftkrabler genau Kleines Kluftkrabler die geht mir ziemlich auf die Halt aber die verpläne oh die sind oh 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 Rumble allewey hätte der jetzt auch Ignalt gab es wär das nicht nice gewesen oh meine Güte das hat mich grad so unendlich viel gekostet das fasst man fast nicht dass es mich erst gekostet hat Nerven so LBC so ich muss noch 20 Gold warten wie weit das reicht das ist ja faszinierend also ich weiß nicht Fraps ist nicht so optimal zum aufnehmen hab ich das Gefühl weil das Liga-Plässchen kommt damit nicht so 100% zurecht oder umgekehrt und ach und Space oh man was macht denn Rumble Leona hat gegankt achso Leona jumped ich denke ich werde mal auf der Botlin jetzt vorbeischauen na mir fehlt äh tisch ist da das ist schön oder auch nicht ok tisch ist grad nicht zu sehen aber ich weiß er ist hier noch irgendwo ja da ist na mir immer noch nicht da ich habe immer noch vergessen meine Start-Items abzuändern die empfohlenen Items weil dies das zum Teil ist so ein Schrott wo der angeboten wird ey ey Graves na na ah Graves 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 Don't do Crave was machst du da ich will nix sagen aber die Mitte ist grad schwierig ja im Moment das Spot sowieso so was mich halt ärgert ich hab das Prinzip 300 Gold mehr das das waren vielleicht oh 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 und vor allem die will einfach nicht zurückgehen ok jetzt geht's nicht zurück er hat ja auch doppelt anwohnern gehabt Quatsch Graves pass auf richtig kannst du naja stimmt da und jetzt nicht versuch's von der Seite soll ich hier von der Seite kommen vom Triebus ach fuck ja vielleicht wenn ist da was ja da ist ein Jungner echt jetzt ja ja ich hab ganz kurz hier was aufploppen sehen hm also ich geh mal ganz ganz stark davon aus weis nicht oh Junge was machst du da oben oh wir sind wieder in Silber Elo da wird noch draufgegangen obwohl man 0 3 hat hm ja für ein Gold ist auch nicht besser ah guckst du der Leblom Markus guck mal Markus wieso ja ich seh's was besser draus Attacke da ist er oh Leona wurscht vorsichtig schön glücklich hat er die erste okay oh hier hinterher ist noch ne naa mimi yes double kill ja bleibt drauf ah scheiße da ist noch was auf Twitchy soo jetzt geht es erst mal bis mein Kuh hoch das war vorhin von uns da Wenden wie aufgarten was nach dem Momentlos die katastrophe soll den beiden Beleiden ab wo� weis laut größt heißt die Katzen haupt ja haupt abgesenkt Soo das für Schädel weiter unglaublich ich war mein Gott und dann üblich war das jetzt bin ich kritisiert sie haben die Bekämpfung ich muss mal ganz gut aus dem Ausdruck aus dem Ausdruck wir sehen uns gleich wieder das immer wieder Leute ich habe keine Ahnung was ist aber ich hoffe das ist weg das und stort gut ein Verlündeter die Hütte Leben verloren in der Nähe minimal ich habe sie konnte sie erst einmal das äh Schild ploppen lassen oder es sind das was sie vorhanden dabei wir müssen uns wenn noch ernst vorsichtig und er konnte krebs und es sieht aus als ob man sie reden wollen und kann sagen dass das ist richtig kommen wir damit manchmal dann richtigen dann waren richtig so was geht das heißt dann immer so ist die leute haben so einen kleinen minimalen sprachfäder so eine rechtschreibschwäche was das ist die leute alles mit z hinten schreiben also alles so cool finden so jetzt muss ich mal schauen dass ich ein bisschen unter die armen greifen weil der schon 04 und der braucht es wirklich dringend mal ich werde es geben richtig schnell nach möglichkeit ja graves ich komme ja schon sein nicht so gut ich renne doch nicht so weit weg ah mein gott die haben meinen retten genommen himmelohrschens werden noch 1 das war das was der rommel gemeint hat mit rippen red team ach das soll rippen red team muss man nur übersetzen auf deutsch ah ich hab gedacht ich dachte er wollte mir erzählen dass der die im roten team ist oder so ich hatte seine rote farse ich dachte das wollen wir in dieser episode nicht ansprechen muss er nicht sagen was es heißt es gibt leute die wahrscheinlich zu sehen das ganze nicht verstehen ja das sind dann die zehnjährigen kittos ne die verstehen das in ein paar jahren und werden dann höchlich überrascht sein die 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 oh ja wunderschön aaaah riven da oh ulti ultimativ ach dieser ramus um oh nein die riven 6 0 Also die tut echt so abanspielen und außerdem ist sie jetzt Level 9 und damit hat sie 3 Level über mir und 2 über dem Runder. Fuck, ich habe failed. Mein Fehler? Riven und Legay haben als einzigste Kills, oder? Ja, leider. Das hat sie mich gepackt, weil ich eben wie gerade failed habe. Ich hoffe, dass das nicht hilft, Aufnahmen drauf und ich muss rausschneiden und so einen riesen Balken drüber setzen. Ach, die, wo? So ein Zensur-Balken, diese Szene ist zu schlecht zum Zeigen. Die Nachfolgungsszene ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Zuschauer über Pause 5 nicht geeignet. Team, du Drake. Ja wie denn ohne Smite hier? Cari, du ist ja oben. Außerdem, warum darf der Rumble mit Xen 04 oder 05 überhaupt Anweisungen geben? Genau, wieso darf er überhaupt sprechen? Wer hat die Wandel? Haben wir denen das erlaubt? Ich glaube, ich muss mir erstmal die Packing Order erklären. Es geht zu dir, die Dirt, die Worms inside of the Dirt, mein Stuhl, Gott und ich. Any questions? No. No. Okay. Etwas creepy. Ähm. Ich lauf nach unten, Markus, ich lauf nach unten, Markus. Machen wir oder nicht? Also versuch sie irgendwie... Ja, ja, ich... Also nicht. Doch, doch, ich komm jetzt. Leona, wo es läuft aber nicht auch? Ich würde mich zuerst ganz gerne um die kümmern. Um... Ja, aber das ist... Feuer frei, Feuer frei. Ach, du kommst von dort? Ja, hab ich... Ich hab doch gesagt, ich kümmere mich erstmal um die. Oh, komm Corona. Komm schon, hol's euch, hol's euch. Okay. Damit. Schade Graves, schade. Oh, jetzt hab ich euch hier, aber das bringt's auch nicht mehr. Oder? Der schlicht hier. Attacke, 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 tu ich. Gott sei Dank, Herr Schmidt. Oh, ja. Das war, äh, fine skills secure. Den anderen kriegen wir nicht mehr. Wenn du, ich mach nix, wir machen dann den Jungen hier. Richtig. Du könnt ja klatten Sieg werden das hier. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Abwarten. Doch, wir sind viel. Ich hoffe, das ist jetzt keine... Oh, die Riven, die wird dann so in später und später. Ja, das tut ja sogar mir wie das Adela und die macht mich so kaputt, Jungs und Mädels. Hier in diesem Raum. Im Raum, äh... Ja, ne. Oh, Gott sei Dank, Markus hat ihn wohl. Oh, der M close. Ach, es war locker, es war in 12 HP, wo er ist. Na, die Leona, die kalkuliert gern knapp. Ah. Aber es klappt doch. Ich wollt grad sagen. So, Aktion hab ich auch zum Teil dabei. Weil die Intuition hat wieder zugeschlagen. Ach, Rumble. Ach, sind wir schon gottgleich? Das geht doch noch. Rumble. Rumble. Safe. Das hab ich ihm jetzt glaube ich schon dreimal getan. Ich glaub, Rumble steht nicht so auf, äh, safe in sex. Na, jetzt sowieso nimmer. Das du jetzt nicht mehr machen kannst, äh, das glaub ich. Ne, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es first time warm. Ah, okay. Okay, dann hat er allerdings ne Ausrede. Naja, kann man aber auch sagen, wenn man nicht first time ist. Na, das sieht man ja dann nachher und dann... Einer von euch guckt aufs Profil und ich reporte ihn dafür. Dann mach ich noch den virtuellen PC an und report ihn da auch nochmal. Dreimal, weil ich gerade virtuellen PCs habe. Machst du. Super. So, Hammer's Gravesey line. Lass mir den dicken bitte. Danke. I got a pink. Aha. Schön. Aber... Und jetzt? Ich hab'n Glas voll Träck, ich hab'n Glas voll Träck und rat' mal was da drin ist. Nein. Warte, es kam mir grad so, als ich das gelesen hab. Also mein neues Oriana-Bild gefällt mir besser aus. Das Alter. Ah, scheiße. Ah, Leona! Ich muss mal den River Warden gehen. Und Rumble, bis der Toten in England. Ah. Weil der geht auch viel zu weit vor und hat kein Wort. Wollt zu beten? Äh, wir können angreifen. Aber er wird die to see. Ja, die hier. Ja, die steht wahrscheinlich im Gebüsch dran. Also... Mach gar nix. Okay, wir uns Feuer frei. Easy Mode. Schön. Danke, danke. Danke, danke. Oh, komm, Run, Bill. Okay, du bleibst mal da oben, sind zum Bauern ein Zelt da oben auf und geh da nicht mehr weg, bevor der Typ noch 8 Kills gemacht hat. Und sag ihm, er sei worden, er wurde ich ja auch nicht. Ja, der macht, er holt seine Pickboards. War zum Teufel. Marco, kannst mal bitte ganz gut hochkommen. Warum hast du ein Problem mit der Rumble? Ja, die holt mich den Power. Die hat doch bloß 8.0. Die kann ich gar nicht verstehen. Das war das 8.0 Problem für dich, du bist, sag' ich. Komm, du bist doch im Ball. Ich guck es nicht nach oben, ich guck es in den zweiten an. Er schwindet und er schwindet und er schwindet und er schwindet und er schwindet. Und Karsner ist tot. Haben sie gegen ihn. Wenn man die gegen ihn hat. Wer merkt sich denn was? Merk sie ihn jetzt? Die ist ziemlich dick. Was? Boah, ey, ganz die macht 200 PhD. 200. 170 HP. Oh, Fiona wäre echt nice, wenn Bissen helfen könnte da oben, weil sonst kriegte gar nichts mehr auf der Apfel. wird er so und ich glaube ich die Welt zu erdeckt weil ich habe es halt Mitte durch das war nicht sinnvoll dass es hier muss ja auch so auf jeden Fall aber jetzt hast du ein bisschen Zeit weil beim nächsten Tag ist ein bisschen schwieriger jetzt war es ein Teil der Hälfte von ihm ich bin viel beschäftigt nicht ich komme probiere wobei er hier hast du nicht ein stopp es den haus in den augen gesehen es muss sehen sollen Prozent Messer ist schön Interessant sie müssen ein Stück vorkommen die Deutsch Puschnummer schnell die Mitte komm ich auch mal hochschlafen jetzt geht es nicht beide sterben er hat sogar muss schön auf top bleiben oder Zeltung die ist so nicht der wenn es so wird durch die Weg noch einmal als KMH das hat ihn schon mit anderen rausgehauen ach du Scheimgleister meine Güte weiße und das sind so die Augenblicke da denk ich mir nur wie kann man jemand so vielen so ist die Augenblicke in den ich noch sag sterben dann passiert es wird weil sie sind Rehleiter und KMH und gar nicht festgestellt KMH 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 zu holen aber ich glaube nicht dass ich das schaffe sehr gut da ist es die Idee ist es anfühlt auch so richtig sinnlos zu sterben sie sind wenn er sich nachher rausfokusten könnte das noch klappen ich will jetzt an den letzten Wochen müssen mal die viel aus und es geht ganz gut aber die macht auch ihren Schaden nach der Koto konzestern raus kann so tun das KMH 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 ich hol nur den Krombe den Krombe der kreiszt gut kreis sie Rumble go tanginow gute Idee Guts komm runter ich bereite schon mal die Drakeform äh de 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 ich bereite die Drakeform für dich achso also keine jh shh shh ok gut aus dem Weg hier ist nicht was das du nimmst hast du Leblanc gesehen? nein die ist weg was macht eine Rumble bitte schon hier im Jungle da ist sie wo ist sie? da ist sie da ist sie Leona oh Kari hat es angreift um ne untertauer gehe ich nicht ne ne das ist sinnlos zieh dich lieber zurück kannst du dir trotzdem mal ran stellen und schauen was passiert ich traue ich nicht weiter vorwiegend blöd dass da noch der Tower steht aber wenn wir den jetzt pushen könnten ja ich glaube jetzt hier und dann dann werden wir schon mal ein bisschen besser vertreten auf jeden Fall aber ich habe keine Ahnung ich kann von hier aus nicht schießen das macht es halt blöd das wäre nur Leon das sind von mir auch selber durchmachen oh jetzt wäre nett von hier es wäre ganz lieb oh nein oh alle beiden wir müssen auch schon zwei nach Ends Achtung die hängt um Trace hier hier oh Gott das macht eh vor auf die Leona 건 guck auf ab ich hab ich schätze oh die sind auch die nicht mehr drauf weg 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 das ist nicht mal zu dritt Patrick macht eine Ultime die hat ja Olaf 1 2 vor der Schaffee der Stimmen viertel von meinem Leben gewonnen Schatten mit ihrer scheiß und die die sich auch für die jünger Gott ich finde diese Art und gleich zwölf Null achten erst mal 13.000 Beiput aus damit sich auch selbst verkehren können ich also ganz Ende mit so einer Top-Lane damit sich gar nicht so toll fühlst Vorhaben zu stehen und durch da nach Kreisland an ich glaube nicht dass es schafft neben vorhanden die Wurzeltartel um einen Kronenberg und durch wir kommen ja noch nicht gesagt wir hatten das hier so in den Griff und mann ich krieg keinen einzigen Red Buff die Sonne geht immer wieder auf er hat ihn zu retten Koppel Achso, sehr gute Idee. Ich wollte bloß meinen Faden in der Mitte sehen. Oh, könnte schon weg sein, warte. Ist weg. Ist was von weg? Der ist hier nun weg. Ist am. Oh. Oh, fanden. Oh. Oh, alle wei. Komm mal ein bisschen zu mir. Oh fuck, komm ein bisschen zu mir. Auf der Riven. Boah, schau dir das an. Die ist so krank. Oh, gut job, sie ist zum ersten Mal in diesem Spiel gestorben. Oh. Wo ist mein Penta? Good job, Taka. Wunderbar schön. Wo ist mein Penta? Weiß ich nicht. Erfehlen. I'm coming. Bring it on, bitte. Ich lieb das Penta-Aufbildchen, beeil dich. Oriana, grab my ball. I'm coming. Zählt das noch? Oh, fuck. Oh, schade. No. Was ist mein Penta? Oh, ist das traurig. Was ist hier so? Mal sehen, wir sagen, die Stats für zwischendrin. Wir haben ein 081 Rumble mit 100 Farmen. 030, ich hab 3 Kills. 369. Cool, das ist ein saugutes Stats für mich. 369 Ramos. Craves mit 5 Kills und 2 Toten. Leona, wurscht. Ich hab jetzt 2 Mal geschaut, ob wir dafür 10. Das ist nice. Und zu guter Letzten, Oriana mit 13 Kills. 2 Toten. Und was ist? Und einem inoffiziellen Penta-Kill. Hab ich gehört. Ja. Aber immerhin Penta. Auch wenn ihr inoffiziell. Das war ja keiner. Das Täubchen hat uns gezeigt, wie es geht. Bist du das Täubchen? Heute nicht. Oh, heute bin ich aufgeschnitten. Zu lebt Täubchen. Ja. Habt ihr heute die Ehrenfallaufgabe gegeben, das Täubchen zu sein? Toll. Ich weiß nicht, ob ich mit alleine kann. Ich glaub nicht. Oh. Was kommt da? Okay, man ist zwar halbwegs unnötig, aber trotzdem. Nicht nur, oder so. Auch noch. So, wir blocken auf die Bot. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Auch noch die Leone. Gott, das ist weg. Ja, Stöckchen. So macht man das. Schön, Carsten. Und deswegen gehe ich zum Teil mit auf Hybrid. Warum habe ich zweimal die Stoffrüstung? Sag mal, habe ich keine Hobbys, oder was? Wahrscheinlich. Ach, nicht schon wieder. Kann der jetzt mal damit aufhören? Ach, das läuft bei dem. Geht er das rein? Ist er hier im Gebüsch, Markus? Nee, dein... Hä? Sag mal, wissen wir, bitte schön, so schnell dein Dingel kommen. Ist das ridden? Ein Garnitchen-Kostüm. Was? Die springt in der Gegend herum. Die ist gefährlich. Du musst aufpassen. Toplane SS. Ganz ehrlich. Oh, da ist er wieder. Schaffst du das alleine? Nee, wir kommen hoch. Geh mal hinterher, Markus. Beziehungsweise guck mal hier, ob sie da ist. Oh my God. Ah, da springt sie. Komm, holen wir sonst. Leider mit Rüli raus, aber... Ist egal. Also, ich glaube, selbst zu drittschaffen wir die nicht. Komm. Oh, das frage ich mir. Ist okay. Auf jeden Fall muss... Oh, das war doch kein Problem. Klaus, wir haben ja nur wir Leute. Wir leuten auf einer, yes. Mal sehen, ob die Craves den Red Buff haben will. Craven. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Der Blau macht deinen Tower. Richtig Angst. Wir sind heute nicht nur ein bisschen schlecht, sondern so richtig schlecht. Er ist doch First-Time-Rumble. Das ist die First-Time-League, glaube ich. Oder das? Normalerweise sagt er so einen Wettverstand einmalig, wenn er keine Chance hat, dann bleibt er weg. Aber er geht ja trotzdem immer mit rein. Ja, das wäre genauso gut, als würdest du auf eine Horde mit Messerstechern, keine Ahnung. Da stehen 20 Leute mit Messergewehren und Bissons... Und du hast ein Glasherb in der Hand. Denkst du, ich packe das schon? Mit der Glasscherbe. Klingt nicht so, als würdest du das machen wollen. Ja, vor allem du, Lara, du bist so eine richtig böse Tante-Weg. Du bist blind. Du bist ein fieser Fiesling. Lara, bist du auch nicht. Ja. Ah, ich konfuziere sie. Ah, ja. Aber pass auf, das ist das Wettbewerb. Double Kill. Double Kill auf der Botlane. Oh, guckst du da, Rumble hat immer noch keinen Kill. Heyckert ist schon inoffiziell pente. Hm, man sieht man, sagt, eine Trey, wann ist das nächste Mal ab? Und so schnell schon wie lange. Fragen man wohl. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. oder das war also ich muss dann zurück weil man so will nur liegen er kommen auf den Falle Attacke ich habe Angst aber ja jetzt schick ich dich ja vor wo du bist so nett die Uhr mein Gott ich habe hundert so mehr als in Laren warum schickst mich nicht vor Ort sind auch und das ist ein 2.000 weniger ich habe das gesehen da auch zurück Träger Träger das kommt ja im Moment Träger ist ein Fond ja ja Arten der Rommel ist tot das ist ganz heiß also ich hab ganz meint, ich glaub das ist ne schlechte Idee ach quatsch und weg 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 ah da läuft das Täubchen häcker ist das Täubchen häcker verwüstet ne das Täubchen verwüstet mich gerne ach so normal aber das ist furchtbar mit der Framerate ich hab keine Ahnung was heute los ist hm jetzt hab ich schon 2 Festplattenrate 0 geschaltet und dann trotzdem sowas kann ich nicht für gut heißen keine Ahnung was du da falsch machst vielleicht bin ich einfach unbegabt möglicherweise hm vielleicht ich geh mal nicht mehr aber das ist der Rumble der ist unnötig, das ist gut deswegen geh ich mal lieber dort hin wo die Action abgeht also Mitte ich probiere gerade mal eben was ich probiere gerade mal eben was an Deckelung haben sich nicht ausgelassen machen wir mal 30 Frames da kommt gegen was attackieren vorsichtig auf 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 Riven Riven auf Möglichkeit rauswuchsen Lepland zweites Ziel und der Rest ist ja egal Twitch ist ungefährlich da macht ja nix das haben wir das stinkt bisschen aber Riven auf auf Riven auf Möglichkeit rauswuchsen auf auf Riven Feuer frei Feuer frei Riven oh ich sprich schon wieder nicht falsch ich glaub und wie laut ist das was schweres Rumble geht mit wow Rumble läuft ich bin mal eindruckt der ist ungewirkt ey Marcel servus der ist schon die ganze Zeit da hab ich gar nicht gehört ich bin ungefähr so 10 Minuten Ticket hat er gesagt auf 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 ich würde jetzt sagen wie lang aber leider ist die Fraps anzeige über die Zeit bei mir ach egal das ist auch keine Zeit achso ja hoch oh die Wind ist die Puschen es wird echt Zeit dass ich mal mein Jungda-Item gescheit ausbaue weil ich hab jetzt über 300 Rüstung das ist mehr als genug eigentlich mit Kino gar nicht ach was was machen das auch ganz so gut ist ja gut alles sehen ähm mit welchem Alter machst denn du eigentlich angefangen Markus Dorans wegen ja ein Dorans wegen du schlumpf ich meine ist Flucht des Lichts oder mit der Hauptflucht des Lichts war mein erstes also dann ne mein zweites und mein erstes ist natürlich immer die Krall die 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 sind ganz gut eigentlich hm ich finde bloß was hatten die eigentlich ja aha 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 magische Schaderie weniger als 40% führt 4 Sekunden lang zu einer bestehenden Klaffel die 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 das die 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 das was anderes außer sterben woher er in einem Fall in Köln er hat er als Anlieferer ist es er gebetet wird sein dreißen ja als ob zweiter eine fremd mein ganzes und eben die einzigen die Schuhe sie mir die Schuhe sie mir hat das auch gut erlaubt ich glaube nicht und lange nicht wir sehen jetzt hier und zwar die Reste und die er kommt er noch am besten zu sein richtig es ist so ich hab 6 was sie und erledigt man geht es uns es sind vieler und zwar die Ressenz also an die da kommen gut mit ihr zu Recht hab ich gesagt es ist ja auch aus ich hab das Gefühl der kommt gleich ein bisschen was runter Und es wird mir nicht gefallen. Aua, allebei. Kasson, komm ein bisschen zu mir, komm ein bisschen zu mir, komm ein bisschen zu mir. Ich werde mal den Rumble ein bisschen begleiten. Ach, wieso? Oh, hier, es läuft noch. Gut, ich zieh mich mal wieder zurück. Obwohl, ne, ich farm vorher noch. Ach, überhaupt. Diese Framerate-Einbrüche sind echt, echt schade. Ich weiß nicht, glaube ich. Ja, 15.000 bis Drake. Gut zu wissen. Die soll ruhig Backporten. Ich geh jetzt erstmal zurück. Wie, warum? Obwohl ich auf 500p fast 600. In 20 Sekunden ist hier Drakey. Gut, dann denke ich mal die Einträge rum. Mach mal so, als ob ich das Leben hätte. Warnung, 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 warnung. Warnung, warnung. So, ich steh mich jetzt dahin. Und rollen, bis der Drache auch nicht zukommt. So, um dann weggeschubst zu werden. Also, ich hab zwar kein Schmeider, aber schenkt es. Nein, nein. Zwar das lächerlich zu sein, oder? Bisschen, ne? So, damit haben wir die ausgleichende Chance gegeben. Diese Gruppe. So, ja, ein bisschen spannend, ne? Aber, hallo. Na gut, Grace ja auch viel, das passt schon. Blo, das ist okay. Oh, oh, die ist le blau. Ne, ne, die ist le blau. Nein, 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 ich wollte dir nur mitteilen. Achso, das geht jetzt damit allergolst. Nein. Ah, hey. Oh, das geht. Oh, die. Oh, hopp, scheiße. Das fack. Oh, oh. Ab Flächer. Komm, Ab Flächer hat funktioniert, aber hat irgendwie nix gemacht. Jetzt kriegt er unnütze Twitch-Crap. Okay. Das gibt nen Panda-Kill. Oh, ich geh ab falsch drauf. So, ich hab die Craves geschützt. Ja, schön. Nimm mal in, der Craves überlegt. Lieber David Rumble. Ja, ja. Ja, eben. Und vor allem für den kriegen sie noch Geld, ich bin sie mal gestorben. Ich hab's halt... Ich mein, da stelle ich mich ja sogar noch mit Pantheon besser dran. Just Rumble. Wenn das so einziges Problem ist. Oh, ich glaube nicht. Leona tut wem. Ist ein bisschen hart. Ja, aber es ist schon schwer, wenn das so schlecht ist. Ach du Scheiße, es sind ja so viele, da soll ich gar nicht beachten. Ja, bleib da, bleib da, bleib da. Echt jetzt? Ja, da bin ich. Ich komme! Mädels, ich komme! Okay. OP Autotex, weiter weiter weiter. Gut. Weiter weiter weiter. Gut. Äh, denk ich auch du wärst, oder? Oh, sie ist es. Wohohoho! Wow, ich hätte mich gebürstet. Ach sagt, das ist nicht die echte. Ach, bin ich blöd. Jetzt habt ihr dich aber wirklich gedingst. Hätte ich das nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Oh, 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 oh. Ist gut. Ja, eh, eh. Der ist bestimmt eh wieder gleich irgendwo, oder? Ja, da ist er. Oh, okay. Scheiße. Komm schon. Ja, das reicht definitiv jetzt. Aha. Ah. Es ist jetzt so, dass ich von dann ziehe. Du kannst das nicht hochladen, das ist so fein. Ach, das geht. Das ist spannend. Das ist alles nur abartig schlecht. Vor allem, man beachtet, wie wir in der Mitte sind. Rumble ist auf der Top lane und farmt. Der blieb halt dorthin, dass er in der Mitte weiter stirbt. Na, auch wieder warm. Er muss seine 1.13 irgendwie ein bisschen retten. Ja, ich bin voll bald. Gott. Du meinst, der ist gut. Der Riven hat gerade mal 17 Farmen. Das geht noch. Oh. Waren's Barren? Kann ich dir ja nicht zählen. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ja, rest in peace, Ramos. Rest in peace. Rest in peace. Ich denke, ich werde dann gleich jemanden brauchen, der mit mir die Top lane deft. Wenn die durch... Frag ja mal Rumble. Boah, Junge. Mädel. Okay, die machen noch nicht sehr gut. Finde ich schön. Richtig. Wo sind sie dann? Hm. Warte, Träken sind sie nicht machen. Sonst sind sie schon rein. Nein, nein, der ist auch gar nicht da. Die war. Ja, natürlich. Nein, 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 nein. Boah. So. Von mir aus, nehmt ihr den Farm oder sonst irgendwas, sei glücklich damit, aber lass was mit meinem Golem. Und bis zum Torn die Torn und und dann ist dann immer gut. Oh, da kommt sie. Wollen wir angreifen, Markus? Ah, sie gehen auf mich. Ah, sie gehen auf mich. WTF? Alter! Ach, zuerst in's Mut! Jesus Christ! Jetzt hab ich schon extra irgendwas genommen, damit ich ein bisschen mehr aushalte. Naja, okay. Verwüsten! Ein bisschen mehr Leben hab, aber es bringt herzlich wenig bei dir, Alten. Oh, oh, da oben! Ja. Was haben wir denn? Nichts Gutes, nichts Gutes! Ich bin erst in 24 Sekunden wieder da. Pass auf Craves, sie macht 488 Punkte Schaden. Ach, du Scheibenkleister! Schau es dir an! Oh, 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 oh! Alle Craves! Der wollte Ulti! Boah, oh ja! Immerhin auf die Craves! Die macht fast 500 Schaden! Mit einem Angriff! Sag, Mann! Was ist mit der kaputt? Was? Ich weiß auch nicht. Verwüsten! Dieser Geruch geht bis ins Tod! Ja. Was ist mit mir?! Oh, was ist denn mit mir? Aus dem Wege! Ach, ach! Ach, ach! Ach! Ach, ach! ja das tut schon sehr sehr weh diesmal ist manches Ding am Ende so das ist gar keiner da, das hätte sie gar nicht meinten das ist, ich geh auf nur mal sicher vielleicht wäre Twitch ja unsichtbar gekommen oder so ja dann wäre er unsichtbar gekommen dann wäre seine Leiche unsichtbar gekommen das ist eklig hier auch damit naaa, das verschießt hat schlicht und sich für den Dicken und das ich habe keine Ahnung, es ist gerade weil ich nicht mehr ab weil ich kann, was ist nicht drauf Ok, LeBlo kommt von hinten ja gut, ich kann dir ja und die Rücken kommt von hinten Ja, ja. Von... Halt doch Rumble! Fuck, natürlich, gar nicht getrunken. Sorgenhaft. Gut. Das Lecken ist mal nervig. Das muss an Fraps liegen. Ich weiß nicht. Insgesamt, die Deckelung funktioniert bei mir nicht. Ich weiß nicht, warum das permanent bei 60 Frames, egal ob es mehr oder weniger haben will. Rauli oder? Unter den Tauer? Jo. Wenn man in allem drinstehen wird, dann wird man so tot. Ha. Ist halt schwierig, wir müssen... Zwei Joten raus, wo sie sind. Und bevor sie weitergehen, muss ich noch mal eine ganz kurze Werbunterbrechung machen. So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, sie haben diese kleine Werbepause genossen. Ja. Oder sie haben genießt in der Zeit, ist mir egal eigentlich. So, bereit machen. Attacke! Attacke! Und? Oh! So gut, ja. Oh, das war gut. Das war nice. Jetzt haben wir sie. Wir sind groß. Richtig gut. Also, die Falle hat mal richtig gut funktioniert. Der hatte Rumble mal ausnahmsweise eine gute Idee. Die kann ich nicht leiden. Niemand mag Rippen. Rumble! Die können halt nichts machen. Rumble liebt sie. So hart. Auf sie, auf sie, auf sie! Auf sie! Auf sie! Auf sie! Auf sie! Sorry, hab ich nicht gesehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das hat noch so extrem groß wäre. Sehr nice. GG! Oh, Lara ist weg! Und? Ah, super! Wenn es einfach mit einem Ass aufhört. Geil! Ja, die Lara hat sich bereits verabschiedet. Zwar nicht freiwillig, aber sie hat sich verabschiedet. Ich würde mal sagen, mit dem neuen gewonnenen Bildschirm beenden wir mal diese Runde, ne? Ciao! Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal funktioniert. Ciao, Leute! Zack! Und da habe ich auch noch rausgeflogen. Dsch! Und da habe ich viele Diplomation zu machen. Ihr werdet ihr drin. Ja, das ist nur die Geschichte. Tja! Dsch! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017